Können Engel sterben? Und sind die jetzt eigentlich unpersönliche Kräfte oder haben die eine Persönlichkeit und haben die Grenzen? Haben die einen freien Willen, Engel? Oder sind das eher so Roboter, irgendwie programmiert? Also das sind so Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen möchten und damit hier herzlich willkommen bei Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz und auf dem Kanal geht es darum, dir und mir zu helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen. Das im Bereich Glauben, Wissenschaft, Weltanschauung. Und jetzt in dieser Reihe haben wir uns angefangen mit der Thematik Engel zu beschäftigen und das auf Basis der Bibel. Was wird jetzt da aus christlicher Sicht über diese Wesen gesagt? Da haben wir uns schon einiges angeschaut, haben uns schon so verschiedene Kategorien von himmlischen Wesen angesehen. Der Begriff Engel, haben wir in dem letzten Video gehabt, heißt eigentlich nur Boote, sowas wie eine Berufsbezeichnung. Das ist zwar aus unserer Sicht heute so eine Oberkategorie, aber damals in der Bibel gibt es eigentlich eine feinere Unterteilung noch. Deswegen, wenn ich jetzt von Engeln rede, meine ich halt himmlische oder Bewohner des himmlischen Bereiches. Und da möchten wir uns jetzt mal mit beschäftigen, naja, also dieser Frage, sind die ewig? Können Engel sterben? Was für Eigenschaften und Grenzen haben die? Haben die einen freien Willen? Und wo werden die eigentlich eingesetzt, bei welchen Aufgaben? Ja, also heute, wie gesagt, ein theologisches Thema, christlich-theologisch, dem wir uns widmen möchten. Und da einfach tiefer in diese Materie einsteigen möchten. Ja, und ich, wie immer, nehme ich dich hier mit in die Notizen hinein, die wir gleich brauchen. Beziehungsweise auch sehr viele Passagen jetzt aus dem Alten Testament primär, das wir uns ansehen werden. Um danach mal zu schauen, was erfahren wir denn über die Natur dieser Wesen. Dieser, ja, der großen Brüder sozusagen, der Menschen. So kann man das eigentlich sagen. Und die erste Frage ist jetzt, soll sein, sind die Mitglieder dieser himmlischen Heere oder dieser himmlischen Reiche, sind die ewig? Und da springen wir als erstes Mal in eine Bibelpassage aus den Psalmen hinein, beziehungsweise drei Verse aus den Psalmen. Wo jetzt aus der christlichen Sicht was dazu gesagt wird, ja, wer denn ewig ist und wer nicht. Psalm Kapitel 90 Vers 2. Ich hoffe man, ja, sieht man, ne? Genau, Psalm 90 Vers 2. Also hier, das ist ein Gebet der Psalmen. Ein Gebet. Mose steht hier oben drüber. Fängt an mit, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Das ist ein Gebet, was sich hier an Yahweh, an Gott, richtet. Und hier wird etwas gesagt. Im Hebräischen sieht man das hier unten. Das habe ich jetzt hier. Upsala. So, ich positioniere das nochmal neu, dass du das ein bisschen besser mitverfolgen kannst hier unten. So sieht man es, glaube ich, besser. Also unten sind die hebräischen Wörter und da steht also im Hebräischen von Olam zu Olam bist du Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist im Hebräischen so eine Ausdrucksform, wo man dann eben sagen kann, ja, das ist wirklich diese Zeitlosigkeit Gottes, was auch Sinn macht. Selbst aus der Sicht eines Physikers. Urknall, das wäre sozusagen der Zeitpunkt, wo Zeit entstanden ist. Also was davor war, ist ohne Zeit, ist nicht von der Zeit abhängig. Und jetzt hier wird von Gott gesagt, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also er ist ewig. Logisch. Das mit dem Begriff ewig, ich lese gerade ein Buch darüber. Da werde ich auch mal ein Video irgendwann zu machen, weil das im Hebräischen, wenn man jetzt nur von Olam, also einmal Olam nimmt und nicht Olam zu Olam. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann muss das nicht unbedingt ewig bedeuten. Das ist aber eine andere Sache. Wird dann interessant bei denjenigen, die an die Höllenlehre glauben. Ich persönlich tue es nicht, aber das müsste man dann auch mal untersuchen, sowas im Neuen Testament. Wenn da von ewiger Qual die Rede ist, ist das überhaupt sprachlich, dieses Wort? Geht es da überhaupt um ewig oder nicht? Also vielleicht nur mal so als kurzer Nebengedanke. Ist immer spannend, auch so die Wörter zu untersuchen. Deswegen jetzt hierbei ewig zu ewig, das ist so eine Beschreibung, die trifft auf Gott zu. Also er ist wirklich jetzt aus heutiger Sicht, was wir mit ewig meinen, zeitlich in der Vergangenheit und Zukunft. Ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Genau, also das erste Sache. Jetzt ist aber die Frage, die wir uns ja stellen wollten. Wie ist denn das bei den Engeln? Und dazu springen wir mal zu dem nächsten Text in dem Psalm. Psalm 148. Und übrigens, habe ich auch nicht gesagt anfangs. In dieser Reihe hier, wo wir uns mit den Engeln beschäftigen, die basiert auf dem Buch, auf den Forschungen von Michael Heiser in dem Buch Angels. Wo er sehr viele dieser Fragen zu diesen Wesen aufgreift und da sehr, sehr tief hineingeht. Kann ich nur empfehlen, das Buch ist unten drunter auch auf jeden Fall verlinkt. Gibt es aber leider nur auf Englisch. Deswegen auch hier diese Videoreihe. Psalm 148. Was ist jetzt mit Engeln? Sind die ewig oder nicht? Psalm 148, Vers 1 bis 5 fängt an mit Halleluja, lobet den Herrn. Hier wieder so anders geschrieben. Also lobet Jahwe, steht da im Urtext, von den Himmeln her. Lobt ihn in der Höhe. Lobt ihn alle seine Engel. Lobt ihn alle seine Herrscharen. Lobt ihn Sonne und Mond. Lobt ihn alle leuchtenden Sterne. Lobt ihn ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser oben am Himmel. So, jetzt wird hier alles aufgezählt, was Jahwe loben soll. Was den Schöpfer halt ehren soll. Die Engel wurden hier auch mit aufgeführt. Und dann steht hier in Vers 5. Sie sollen loben den Namen Jahwes, den Namen des Herrn, denn er gebot und sie wurden erschaffen. Also in diesem Prozess des Erschaffens werden hier, interessanterweise jetzt auch, die Engel mit einbezogen. Also Engel, auch die wurden erschaffen. Und damit, nach dieser Aussage in dem Psalm, müsste man eben sagen, naja, es gibt nur ein höchstes Wesen, also nur einen Gott. Ein höchstes Bewusstsein, also schon mit Persönlichkeit, aber einen Gott. Und die Engel steht hier, die wurden auch erschaffen. Also die sind nicht ewig. Die hatten einen Anfang gehabt. Okay, jetzt wenn die einen Anfang gehabt haben, könnte es ja sein, dass die ewig in Zukunft sozusagen existieren. Jetzt darf man mal die Frage zulassen, könnte denn so eine Existenz, bei einem Mensch ist es ja so, da stirbt man irgendwann, könnte denn so eine Existenz eines Geistwesens, so eines Engels auch enden? Also spricht die Bibel davon, dass Engel sterben können? Ist ja erstmal merkwürdig, der Gedanke. Ja, dann nehmen wir den dritten Text aus dem Psalm, Psalm 82, Vers 6 und 7. Und der ganze Psalm fängt damit an, dass Gott, also Yahweh, in der Versammlung der Elohim steht im Hebräischen, also in der Versammlung von Göttern. Und dieser Begriff Elohim, Götter, bezieht sich auch auf diese geschaffenen Engel oder Geistwesen. Also Elohim kann in der Bibel auf den höchsten Gott, Yahweh, bezogen sein, der halt ohne Anfang und Ende ist, aber bezieht sich generell auch auf alle anderen Bewohner dieses transzendenten himmlischen Bereiches. Also da fängt der Psalm mit an. Gott steht eben in dieser Mitte sozusagen einer himmlischen Versammlung von anderen Geistwesen, die er erschaffen hat, haben wir gerade gelesen. Ja, und er sagt ihnen hier etwas in Vers 6 und 7, weil die schlecht gehandelt haben, teilweise. Vers 6 sagt er, ich habe gesagt, ihr seid Götter, also ihr seid Elohim hier im Hebräischen, ihr seid allesamt Söhne des Höchsten. Dennoch sollt ihr sterben wie ein Mensch und fallen wie einer der Fürsten. Ja, interessant, also hier wird diesen Geistwesen gesagt, okay, ihr seid Götter, ihr seid Söhne des Höchsten, ihr seid da etwas ganz Besonderes eigentlich in einer besonderen Stellung. Trotzdem, weil sie schlecht gehandelt haben, wird ihnen hier ein Schicksal vorausgesagt, sie sollen sterben wie ein Mensch. Ja, wird sich das hier, viele deuten diesen Psalm hier so, dass sich das auf Menschen bezieht, diese Passage, aber es wird an dieser Stelle jetzt eigentlich keinen Sinn ergeben. Weil wenn man jemandem sagt, übrigens, du wirst sterben wie ein Mensch, wenn es ein Mensch ist, ist es eh klar. Dann braucht man dem das nicht sagen, dass er sterben wird wie ein Mensch. Also hier diese Passage im Zusammenhang und so deutet vieles darauf hin, aber andere Videos, die ich dazu mal gemacht habe, gehen da mehr darauf ein. Zeigt das eigentlich, dass sich das hier auf diese Geistwesen bezieht, denen dieses Schicksal angekündigt wird. In dem Buch Angels, What the Bible Really Says About God's Heavenly Host von Michael Heiser, sagt er hierzu folgendes, ein Absatz. Auch die Mitglieder der himmlischen Herrscharen sind nicht ewig oder unsterblich, zumindest nicht in Bezug auf ihre unveränderlichen inneren Eigenschaften. Ihre Unsterblichkeit hängt von Gottes Willen ab. Der theologische Punkt ist klar. Gott ist das einzige Wesen, dessen Existenz vollständig unter seiner eigenen Kontrolle steht. Kein anderes Wesen kann es ihm wegnehmen. Das gilt nicht für andere Geistwesen. Also ist hier gut erklärt. Ich lese nochmal die beiden Sätze vor. Ihre Unsterblichkeit hängt von Gottes Willen ab. Und jetzt war hier Gott, also Yahweh, ist das einzige Wesen, dessen Existenz vollständig unter seiner eigenen Kontrolle steht. Kein anderes Wesen kann es ihm wegnehmen. Das gilt nicht für andere Geistwesen. Das sieht man jetzt hier in dem Psalm. Also haben wir die Frage bis hierhin besprochen. Sind die Mitglieder der himmlischen Gemeinschaft ewig? Also Yahweh, Gott ist ewig. Aber die Engel wurden erschaffen und sind in ihrer Existenz von Gott abhängig. Er könnte ihnen dieses Recht nehmen. Ihre Existenz. Das ist das, was die Bibel hier sagt. Was hier aus der Bibel hervorgeht. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, naja, sind das unpersönliche Kräfte oder Personen, Engel? Und was für Eigenschaften und Grenzen haben die? Und das schauen wir uns mal an und gehen dazu. Ja, zu 1. Mose 1, Vers 26. Weil da wird eine Verbindung zwischen Geist, Wesen und Menschen gezeigt. Weil da steht 1. Mose 1, Vers 26. Jetzt ist es auf der rechten Seite. Sieht das eigentlich groß genug? Ich kann noch mal einen größer machen. So vielleicht. Oder zwei. So. Also Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Also er spricht hier mit anderen. Also da dann eigentlich logisch. Okay, ilmische Gemeinschaft kommt in der Bibel oft vor. Er spricht hier zu diesen anderen Geistwesen. Diesen anderen Elohim. Und sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und so weiter. Also lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Zitat aus dem Buch. Die Pluralsprache verbindet Gott sowohl mit uns als auch mit den Mitgliedern des Rates, zu denen er spricht. Sie sind wie wir ein Abbild ihres Schöpfers. Also nach unserem Bild. Interessant ist in Vers 27. Da steht dann, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes. Also er sagt einmal, lasst die in unserem Bild machen. Und dann steht aber in Vers 27 nur noch auf sich bezogen. Die Menschen wurden im Bild Gottes erschaffen. Das heißt, die anderen, zu denen er vorher gesprochen hat, die sind auch in seinem Bild gemacht. Also als, ja, um die, um Funktionen auszuüben, die halt, ja, Gott repräsentieren, als Repräsentanten Gottes. Im Bilde Gottes, anderes Video, das ich früher mal gemacht habe. Da ging es darum, sozusagen, das ist eine repräsentierende Funktion, die Menschen da bekommen haben im Bilde Gottes. Aber das wird hier eben auch auf diese himmlischen Zuhörer angewandt, diese Erklärung. Menschen und intelligente Geistwesen sind Vertreter Gottes in ihren jeweiligen Bereichen, heißt es hier im Buch. Menschen auf der Erde, Geistwesen im Himmel, Vertreter Gottes. Daraus ergibt sich, dass wir, wenn wir wissen wollen, wie die Mitglieder der himmlischen Herrscharen sind, uns selbst als analog betrachten sollten. Psalm 8, Vers 5 und 6, die von Miller zitierte Stelle, informiert uns darüber, dass Gott uns, Zitat, ein wenig niedriger gemacht hat, als die himmlischen Wesen, die Elohim. Dennoch hat Gott seine Eigenschaften mit uns geteilt, wie er es zuerst mit ihnen getan hat. Also hier wird eine Analogie aufgezeigt. Psalm 8, Vers 5 und 6. In Vers 6 steht hier über den Menschen nochmal, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht, als die Elohim, die Engel. Also da steht im Urtext, die Elohim. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Also der Mensch hier, interessant, steht ein wenig niedriger als die Engel. Aber auch der Mensch wurde mit Herrlichkeit gekrönt, er ist im Bilde Gottes gemacht, so wie die Elohim im Himmel, diese Geistwesen, beide in der Funktion Gott zu repräsentieren. So ein Proxy, Stellvertreter zu sein Gottes in ihrem Bereich. Menschen auf der Erde, Engel im Himmel. Und damit merkt man dann schon so, okay, wenn da eine Analogie ist, ja, dann kann man das natürlich auch auf diese Sache mit der Persönlichkeit beziehen. Also das sehen wir gleich auch nochmal. Aber relativ klar, dass wir hier schon merken, okay, Menschen haben eine Persönlichkeit, haben diese Funktion im Bilde Gottes, ihn zu repräsentieren. Von den Geistwesen wird das auch gesagt. Die sind aber nicht noch niedriger als die Menschen, jetzt eher tiergleich, sondern sind höher als die Menschen hier nach dem Psalm. Das heißt, diese Sachen, Persönlichkeit und sowas wird da wohl auch gegeben sein. Oder eben noch etwas Intensiveres, Intensiveres Bewusstsein, wie auch immer man das dann halt deuten kann. Da haben wir leider keine technischen Informationen in der Bibel. Das sind jetzt nur Zusammenhänge. Wir versuchen hier gerade was abzuleiten aus Bibeltexten. Wie ist es mit Grenzen? Grenzen von Engeln. Also Daniel Kapitel 10, springen wir mal in der Bibel zu einer anderen Stelle. Der Prophet Daniel beschreibt in seinem Bibelbuch, dass ihm Engel begegnet sind und ihm teilweise Botschaften Gottes überbracht haben. Und das schreibt er hier in Vers, ist das richtig, Daniel Kapitel 10, Vers 5 bis 7, genau, da fängt das an, da sieht er den. Ich hob meine Augen auf und ich hob meine Augen auf, ist lustig eigentlich der Begriff, also die Übersetzung hier in der Schlachterbibel. Als ob er ein Glasaugen gehabt hat. Naja, also er schaute auf und schaute und siehe und da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufers umgürtet und sein Leib war wie ein Topaz und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln, seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Ja, und da kriegt er dann Angst und da fängt halt eine Situation an, wo ihm ein Engel dann Dinge mitteilt, also dieses Wesen, was ihm da erscheint. Wenn wir jetzt mal gucken in Vers 12 und 13, da sagt der Engel was, da sprach er zu mir, fürchte dich nicht Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Also der Engel sagt, als du angefangen hast zu beten und dich mit diesen wichtigen Dingen hier zu beschäftigen, direkt von Anfang an ist das im Himmel angekommen, deswegen bin ich jetzt hier. Vers 13 sagt da jetzt aber was Interessantes. Also der Engel sagt jetzt, nicht irgendein Mensch, hier spricht ein Engel, der vorher mit diesem Wahnsinnsauftreten Daniel erschienen ist. Also Vers 13 sagt der Engel. Er ist behindert, 21 Tage lang ihm widerstanden und der Engel hier bezeichnet seinen Gegner als Tsar von Persien, als Fürst von Persien. Und dann musste erst mal Michael kommen und Michael kennt man jetzt aus der Bibel, bekannt so, Name eines Engels. Also da musste Michael kommen, um ihm zu helfen und dann steht hier, war er entbehrlich, das ist jetzt ein bisschen komisch, wieso entbehrlich? Kann man mal gucken in anderen Übersetzungen, was dann da steht, also wie es bei anderen übersetzt wird. Ich finde es hier zum Beispiel sehr, sehr deutlich in der Neuen Evangelistischen, aber die legen auch immer beim Übersetzen schon ein bisschen aus. Aber ich lese den Vers mal aus der Neuen Evangelistischen Übersetzung. Da sagt der Engel, aber der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang entgegengestellt. Da kam Michael, einer der höchsten Engelfürsten, mir zu Hilfe, sodass ich beim Kampf um Persien entbehrlich wurde. Genau, also das ist jetzt hier zum Beispiel diese Übersetzung, in der Menge Übersetzung, vielleicht da auch nochmal, da steht in Vers 13, aber der Schutzengel des Perserreichs stellte sich mir 21 Tage lang entgegen, bis mir endlich Michael, einer der obersten Engelfürsten, zu Hilfe kam, worauf ich ihn dort bei dem Schutzengel der Perserkönige alleingelassen habe. Ja, also das ist das, was der Engel hier dem Daniel erzählt und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Er sagt ihm hier so, Moment mal, ich wollte eigentlich direkt zu dir hinkommen, aber drei Wochen lang hat mir ein anderes Geistwesen, ein Engelfürst, der hat mich behindert. Und da musste erstmal Michael kommen, sozusagen als Unterstützung, damit er halt weggehen konnte. Damit er halt jetzt zum Daniel hingehen konnte. Und warum haben wir uns das jetzt hier angeguckt? Ja, um zu sehen, dass die Bibel Passagen enthält, aus denen man sieht, dass Engel Grenzen haben. Also hier jetzt eine Grenze, wo er behindert wurde. In diesem Auftrag, den er eigentlich bekommen hatte, Daniel eine Botschaft zu überbringen. Also man sieht, die Engel beschreibt so einen Konflikt im unsichtbaren Bereich, wo tatsächlich auch Geistwesen behindert werden können. Das ist das, was wir hier sehen. Also zu der Frage, haben Engel Grenzen? Ja, sehen wir jetzt hier, die haben Persönlichkeit, Bilde Gottes, gehen wir davon aus, die haben eine Persönlichkeit oder vielleicht sind sogar noch bewusster als Menschen. Und hier, sie haben Grenzen. Aus der Passage kann man das ableiten. Haben die einen freien Willen, Engel? Und da möchte ich einfach nochmal einen Absatz wieder vorlesen. Aus dem Buch. Auf Deutsch übersetzt steht da, der freie Wille ist Teil ihrer Eigenschaftsmatrix. Das Interesse am freien Willen in Bezug auf die Mitglieder der himmlischen Herrscharen rührt von der Frage her, wie und wann sich Satan gegen Gott gewandt hat oder ob Engel zu einem zukünftigen Zeitpunkt immer noch rebellieren können. Weder im Alten noch im Neuen Testament gibt es einen biblischen Hinweis darauf, dass die Fähigkeit, sich gegen Gottes Autorität aufzulehnen, zu irgendeinem Zeitpunkt ausgeschaltet wurde. Folglich ist es denkbar, dass sie immer noch fallen können. Angesichts des Schicksals göttlicher Rebellen, von dem in der Heiligen Schrift berichtet wird, würde man jedoch vermuten, dass diejenigen, die treu bleiben, viel weniger zur Rebellion neigen würden. Also das greift jetzt einfach nur diesen Aspekt auf, dass in der Bibel halt auch von gefallenen Geistwesen die Rede ist, zur Zeit der Flut. Dann gerade im Neuen Testament eben von Satan als dem Gegner Gottes oder auch Gegner Jesu. Also von daher klar, der freie Wille, das ist relativ leicht zu beantworten. Das sieht man, dass das bei Geistwesen in der Bibel halt existiert. Okay, also das waren ja so die Hauptpunkte, die wir uns schon angucken wollten. Also Frage, können Engel sterben? Sind sie unpersönliche Kräfte oder Personen? Welche Eigenschaften und Grenzen haben sie? Haben sie einen freien Willen? Aber jetzt nochmal zu dem Punkt, ja was für Aufgaben haben die denn im himmlischen Rat? Also in dieser himmlischen Gemeinschaft? Weil Ratsmitglieder eines himmlischen Rates, sind die jetzt eigentlich nur, also Engel gleich Boote, sind das jetzt nur Postboten? Haben die sonst nichts zu tun, als Botschaften den Menschen zu überbringen? Oder werden die noch woanders einbezogen? Was sagt die Bibel dazu? Und das ist schon interessant, dass wir da auch, ja jetzt nochmal drei Punkte haben, die wir uns angucken möchten. Zum einen, sie haben einen Anteil an Beschlüssen, die im Himmel getroffen werden. Also sie sind beteiligt sozusagen an Ratsbeschlüssen. Sie sind teilweise einfach auch Zeugen von Gottesbeschlüssen. Und dritter Bereich, sie sind auch Assistenten bei der Umsetzung von Gottesbeschlüssen. Also nicht nur Boten, sondern sie assistieren auch. Sie unterstützen die Umsetzung von Gottes Handlungen. Erster Punkt, sie tragen bei zu Entscheidungen, die im Himmel getroffen werden. Und da springen wir mal in eine Passage im Bibelbuch Erster Könige, wo ein Prophet Micha eine Rolle spielt. Und der überbringt hier ja eine Botschaft, was sozusagen, also der Micha bekommt einen Einblick da rein als Prophet, was im Himmel passiert ist. Und verkündigt das hier dem König. Und in Vers 19 steht das, was der Micha sagt, dieser Prophet. Micha aber sprach, darum höre das Wort des Herrn, das Wort Jahwes. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Herr des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Also die Engel, also Geistwesen, die Elohim. Und der Herr sprach, wer will den König Ahab betören, sodass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt. Also jetzt ist die Frage, wie beeinflussen wir diesen menschlichen König? Hat da jemand Ideen von euch? Das ist eine Ratsversammlung im Himmel, die hier beschrieben wird. Vers 20 weiter. Und einer sagt dies, der andere das. Also es wird gesprochen. Also da werden tatsächlich in diesem himmlischen Rat, ja wie so ein Gespräch, wo jetzt die Geistwesen Vorschläge machen. Vers 21. Also himmlische Versammlung, die beraten sich, die bringen ihre Vorschläge. Die Geistwesen und Yahweh sagt zu einem, okay, deine Idee nehmen wir. Zitat aus dem Buch. Die Mitglieder der himmlischen Herrscharen werden als stehend beschrieben. Hatten wir, ja, ja, ja. Der Herr sitzt auf dem Thron, Vers 19. Okay, und das Herr des Himmels steht da. Gut. Sie werden da beschrieben als stehend, um den sitzenden Königrichter zu dienen. Diese Sprache ist das Standardvokabular für die Anwesenheit bei einem Dienstherrn. Das Stehen ist in diesem Zusammenhang kein passiver Akt. Vielmehr drückt die Haltung aus, dass man bereit ist, die Befehle des Vorgesetzten auszuführen und dass man dazu bereit ist. Und dass man auch dazu bereit ist. Genau. Martens, ein anderer Theologe, fasst die Idee zusammen. Zitat. Das zeigt uns einen eindeutigen Fall, in dem Gott souverän entschieden hat zu handeln, aber seine geringeren, intelligenten Diener erlaubt, an der Ausführung seiner Entscheidung teilzuhaben. Gott suchte nicht nach Ideen, als ob er sich keinen Plan ausdenken könnte. Er ließ denen, die ihm dienen, den Spielraum, Optionen vorzuschlagen. Mit anderen Worten, die Mitglieder des himmlischen Rates waren an den göttlichen Entscheidungen beteiligt. Wir haben dies in 1. Könige 22 gesehen, wo Gott Diskussionen innerhalb seines Rates zuließ. Definitionsgemäß kamen nicht alle Geistwesen zu demselben Schluss, was bedeutet, dass einige Irrten oder zumindest weniger optimal dachten als andere. Sie waren keine vorprogrammierten Geisterroboter, deren irrende Gedanken von Gott in ihrem Verstand eingepflanzt wurden. Diese Behauptung ist nicht nur absurd, sie befleckt auch den Charakter Gottes. Also hier, man sieht, sie wurden an Entscheidungen beteiligt und das Ganze spricht für ihren freien Willen, den sie haben. Das ist eben der zweite Aspekt, den wir hieraus noch sehen. Ja, okay. Okay, nächster Punkt. Sie sind Zeugen von Gottes Beschlüssen. Also jetzt gerade waren sie Mitwirkende. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, sie sind Zeugen von Gottes Beschlüssen. Zum Beispiel bei der Schöpfung des Menschen. Zitat aus dem Buch. In Genesis Kapitel 1 Vers 26 verkündet Gott dem versammelten Rat seine Entscheidung, die Menschen zu erschaffen. Haben wir gerade gelesen. Dass der Zweck der Erklärung, lasst uns erschaffen, darin Bestand seine Absicht zu verkünden und nicht darin, um Hilfe bei der Schöpfung zu bitten, wird in Genesis 1 Vers 27 deutlich, wo die Verben der Schöpfung alle im grammatikalischen Singular stehen. Die Mitglieder der himmlischen Herrscharen spielen eine bestätigende Rolle, nicht im Sinn einer Autorisierung von Gottes Entscheidung, sondern eher im Sinn einer Bestätigung oder Bekräftigung ihrer Güte, Weisheit und Erwünschtheit. Jetzt gucken wir nochmal, Genesis 1 Vers 26 hatten wir gelesen. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und dann Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Und wenn du hier unten schaust in die Spalte bei dem Wort Schuf, ist hier die grammatikalische Form auch angegeben. Hier unten dieses komische Kürzel V-A-W-3-M-S. Da kann man bei der Software, die ich hier habe, Logos, dann mit der Maus über die einzelnen Buchstaben gehen. Und V steht zum Beispiel für ein Verb. Also erschaffen ist ein Verb. Und genau, da kann man halt schauen, was das bedeutet. Achso, genau, der zeigt direkt alle auf einmal an. Das ist ein Verb. Und dann haben wir da eben auch maskulin am Schluss. Und das letzte ist singular. Also hier merkt man, Gott sagt zwar, lasst uns das machen, aber er erschafft die Menschen alleine. Diese anderen sind nicht beteiligt am Erschaffen. So gesehen ist das hier laut Aussage von Heiser jetzt so ein Beispiel dafür, dass hier im Grunde genommen die anderen des himmlischen Rates, zu denen da gesprochen wurde, dass die eigentlich eher als Zeugen dienen, als Bestätigung und Bekräftigung von Gottes Handeln. Es gibt noch deutlichere Sachen. Und zwar in einer anderen Situation. Und zwar als das Gesetz Mose gegeben wurde. Also als das Volk Israel von Gott dieses gesammelte Gesetz bekam. Zehn Gebote und alles, was dazu nachher gehörte. Da wird im Neuen Testament, das ist dann ja eigentlich viel später, Alte Testament bekamen sie eben die Gebote. Und im Neuen Testament bezieht sich Paulus da drauf. Und der sagt da was. Und zwar, da müssen wir gleich mal kurz gucken, was er denn da genau mit meint. Also Galater Kapitel 3 Vers 19 sagt er etwas, wo Engel auch dabei waren. Er fragt hier, wozu nun das Gesetz? Also dieses Gesetz Israels. Er antwortet selbst, sagt, der Übertretung wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Jetzt für uns interessant. Und es, das Gesetz, ist durch Engel übermittelt worden. Aha, er sagt hier, das Gesetz, mosaisches Gesetz, was an Israel ging, ist durch Engel übermittelt worden. Jetzt muss man sich fragen, wenn man den Film, die Zehn Gebote kennt oder diese Passagen, ja, wo waren da Engel beteiligt? Ist ja, kann ich mich gar nicht daran erinnern, sagt man vielleicht. Da hat doch Mose auf dem Berg mit Gott gesprochen und der hat die Steintafeln da geschrieben und so. Worauf bezieht sich denn Paulus hier? Ja, und das ist ganz interessant. In 5. Mose 33 Vers 2, das ist eine Bezugnahme auf die Zeit, als das Gesetz gegeben wurde. Der Vers spricht davon, von Jahwe beim Sinai. Also Sinai, da diese Gebirge, Berge, wo sie das Gesetz bekommen haben oder Berg. Ich lese mal diesen Satz vor. Der Herr, also Jahwe, kam vom Sinai und er leuchtete ihn auf von Seir her. Leuchtend erschien er vom Bergland Paran und kam von heiligen Zehntausenden her. Aus seiner Rechten ging ein feuriges Gesetz für sie. Also hier geht es um das Gesetz, was an Israel gegeben wurde, von Jahwe. Okay, Zehn Gebote und Co. Wenn man sich diese Bibelstelle in der Bibelübersetzung anguckt, die Paulus damals hatte, dann findet man die Erklärung, warum Paulus jetzt speziell von Engeln redet. Die Bibelübersetzung, die es damals gab, also des Alten Testaments dann logischerweise, die nennt sich Septuaginta, weil die nach Überlieferung irgendwie von 70 Übersetzern gemacht wurde. Septuaginta, also 70, die daran beteiligt waren, nach, ja, wie man es so historisch irgendwie, wie es erklärt wird. Also Septuaginta, das war diese Übersetzung, die er damals höchstwahrscheinlich im Kopf hatte, weil die gibt es auch heute. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich sie denn habe, dass ich die hier mit einstelle. So, und zwar auf Englisch nehme ich die mal mit rein. Jetzt haben wir hier so viele Bibelübersetzungen. Gucken wir mal ganz kurz, dass ich hier mal zwei rausnehme. Ich nehme jetzt einfach nur mal nur Septuaginta und hier die Schlachterübersetzung, die wir genutzt haben. Das war Vers 2, ne? Okay, und in Vers 2 im Englischen steht hier, The Lord came from Sinai, ne, from Sinai, and displayed himself to us from Seir, also er hat sich von Seir gezeigt, ne, das ist hier auch noch gleich, and made haste from Mount Paran, together with myriads of Kadesh, ne, von Zehntausenden von Kadesh und so weiter wird hier noch gesprochen. Jetzt kommt's, from his right, und jetzt, da haben wir es, angels with him. Also mit ihm waren Engel. Ja, und das ist halt so eine Besonderheit, wenn man eben an die Bibelübersetzungen denkt, die zur damaligen Zeit existiert haben, vor 2000 Jahren, auf die Paulus sich bezieht, dann steht hier in 5. Mose 33 explizit, dass beim Übergeben des Gesetzes bei dieser Situation Engel dabei waren. Die Engel waren mit ihm, mit Yahweh. Also deswegen, ja, diese Aussage von Paulus, im Buch hier, heißt dazu ein Absatz, der biblische Text macht deutlich, dass die Verabschiedung des Gesetzes eine Bundeshandlung zwischen Yahweh und Israel war. Okay, na, klar, die haben einen Bund geschlossen, einen Vertrag. Die Mitglieder der Versammlung Yahwehs sind anwesend, um die Bundesverfügung zu bezeugen. Ja, also das ist jetzt hier so die Erklärung dafür bei der Gesetzesschließung oder Bundesschließung mit dem Volk Israel, was das Gesetz anging. Dritte Situation, wo Engel als Zeugen dienen oder Bibeltexten, die das halt aussagen. Schauen wir hier mal wieder um. Also Jesaja Kapitel 6, Vers 1 und 2. Jesaja hat eine Vision. Und da steht jetzt, Jesaja 6, Vers 1 und 2. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Ja, also da haben wir eine Situation, wo hier in dieser himmlischen Szenerie Seraphim erwähnt werden, die halt mit anwesend sind, als Augenzeugen kann man sagen. Oder nehmen wir noch eine andere, Jesaja 6, Vers 8 und 9. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, also Jesaja spricht hier, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Und das war nämlich auch eine Situation, wo, ach so genau, wo war jetzt, finde ich doof, also wo in dieser Situation, wo die Seraphim am Thron sind. Gleiche Kapitel jetzt, war gerade hier gedanklich schon beim nächsten. Also diese Situation, himmlische Vision von Jesaja, er sieht die Seraphim beim Thron und dann wird er gefragt, halt Mensch, wer übernimmt denn hier den Auftrag? Jesaja sagt hier, ich würde es machen. Und sozusagen machen die Seraphim gar nichts, außer dass sie hier jetzt einfach nur diese Sache bezeugen. so, ne? Ja gut, vorher ist noch einer, der ihm noch eine symbolische, oder so eine Handlung, wo er ihm eine Kohle an die Lippen hält, aber na ja, zumindest ist das hier so ein Beispiel, die anderen, nur von einem Seraph gesprochen, der hier noch was Besonderes macht, aber die anderen stehen da und bezeugen eigentlich diese Handlung Jesajas, was Gott eben mit Jesaja hier macht oder ihn einsetzt. Genau. Letzter Text dazu, zu diesem, dass manchmal Engel einfach nur dabei sind und was bezeugen, dann nehmen wir jetzt als letzten Text zu diesem Punkt, das hatte ich nämlich gerade schon im Kopf gehabt, ein Vers aus Jeremia. Klingt immer so gleich, Jesaja und Jeremia. Also Jeremia Kapitel 23 da spricht Yahweh und spricht über andere Propheten, also über falsche Propheten, auf die man nicht hören sollte und ich lese hier noch mal vor, so spricht der Herr der Herrscharen, also Gott spricht hier, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen, sie täuschen euch, die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkündigen sie und nicht, was aus dem Mund Jahwes kommt. Ständig sagen sie zu denen, die mich verachten, Jahweh hat gesagt, ihr werdet Frieden haben und zu allen denen, die in der Verstocktheit ihres Herzens wandeln, sprechen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Also hier spricht Jahweh über Propheten, die eigentlich so ja Lügen erzählen, die Dinge schön reden, obwohl es falsch ist. die Unwahrheiten verbreiten. Über die spricht er hier und zitiert die, was die so von sich geben und jetzt in Vers 18 stellt er eine Frage, so eine rhetorische Frage, um zum Nachdenken anzuregen. Also Jahweh fragt jetzt, denn wer hat im Rat Jahwes gestanden, also im Rat des Herrn steht hier immer, aber Jahwes, also denn wer hat im Rat Jahwes gestanden und hat sein Wort gesehen und gehört? Wer hat auf mein Wort geachtet und gehört? Also hier sagt er diese falschen Propheten, auf die man hier oben hört, nicht auf die Worten der Propheten, die euch weissagen, auf diese falschen Propheten. Warum sollte man nicht auf die hören? Antwort, rhetorische Frage, ja die haben nicht im Rat Jahwes gestanden. Er fragt ja ja, wer sozusagen von denen hat denn im Rat, in meinem Rat gestanden und hat mein Wort gesehen und gehört? Wer hat von denen auf mein Wort geachtet? Also das ist eine rhetorische Frage hier, um zu zeigen, die sind, die liegen falsch. Auf die sollt ihr nicht hören. Was interessant ist, das bedeutet im Gegenzug, dass wahre Propheten sozusagen im Rat Jahwes gestanden und zugehört haben. Also der göttliche Rat, den wir hier haben, der jetzt hier wieder erwähnt wird, der ist also an dieser Stelle hier auch dazu da, zu bezeugen, wann ist etwas von Jahwi, von Gott ausgehend oder nicht. Also hier im Rat gestanden und ja, der Rat hat also hier auch eine Zeugenfunktion so gesehen oder das zeigt einfach, dass sie manchmal beteiligt sind. Das hatten wir ersten Punkt. Rat Gottes kann mit entscheiden schon mal hier und da, aber hier eben auch einfach mit im Rat zu stehen kann eben dann sozusagen auch bedeuten, einfach Gottes Handlungen zu bekräftigen, zu bezeugen, Augenzeugen davon zu sein. Dritter Punkt, letzter Punkt, die Assistenz, wenn Gott Beschlüsse fällt, irgendetwas festlegt, dann kann es sein, dass Engel bestimmte Funktionen haben dabei. Nehmen wir mal eine Sache in Sacharja Kapitel 1 Vers 11. Da ist von Engeln die Rede, die werden da in einer Vision, da sieht eigentlich hier der Sacharja Pferde, die über die ganze Erde rasen und so und da wird hier erklärt, ja das sind eigentlich Engel, die die Erde durchstreifen. Da steht hier in Vers 11 und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt und sprachen, jetzt, wir haben die Erde durchstreift und siehe, die ganze Erde ist still und ruhig. Also hier sind Engel ausgezogen, berichten an anderen Engeln und die sagen eigentlich, ja wir haben die Erde durchstreift, also wir sind Beobachter gewesen von Dingen, die auf der Erde passieren. Okay, also eine Aufgabe, die sie hier wahrgenommen haben. Andere Aufgabe, in Daniel Kapitel 4, in Vers 14, da wird von einem Rat der Wächter wieder gesprochen, also hier werden diese Engel dann nicht als ja Elohim, sondern ein anderes Wort ist hier im Urtext, deswegen wird hier Rat der Wächter das genannt. Da steht hier im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt. eine bestimmte Handlung, die sich hier an einem König Nebukadnezar vollziehen wird. Also das wurde vorher im Rat der Wächter beschlossen. Ja, und da steht hier im Buch, der Wächter überbringt nicht nur das Urteil des Allerhöchsten, das ist ja ein Bote sein, sondern wir erfahren auch, dass Mitglieder der himmlischen Herrscharen, hier Wächter genannt, an der Verkündigung des Urteils über Nebukadnezar beteiligt waren. Der Text macht jedoch deutlich, dass die Beiträge der Mitglieder der himmlischen Herrscharen die Souveränität Gottes nicht beeinträchtigten. Also hier Vers 14, im Rat der Wächter wurden das beschlossen, von den Heiligen wurde es besprochen und so. Und dann haben wir es nämlich in Vers 20 nochmal, dass aber der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabstiegen sah und Sagen hörte, haut den Baum um und so weiter. Vers 21, das hat, oh König, folgende Bedeutung und das ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn den König ergangen ist. Also hier hat er einen Wächter vom Himmel herabsteigen sehen, der hat ein Urteil überbracht, ja, eine Urteilsverkündung, ist nochmal eine Hausnummer höher als einfach nur eine Botschaft überbringen. Also hier wurde ein Urteil über einen König gefällt und da waren jetzt hier als Assistenz so gesehen Geistwesen beteiligt. Dann, letzter Punkt, hatten wir im Video auch im letzten Video schon mal gehabt und zwar, wenn es um Kriegführung geht. Im Buch heißt es, in einem Aufsatz mit dem Titel Der göttliche Rat und der prophetische Aufruf zum Krieg fügt Patrick Miller hinzu, an einigen wenigen Stellen in den Propheten gibt es Hinweise darauf, dass der göttliche Rat als kosmische oder himmlische Armee an den endzeitlichen Kriegen Jahwes teilnimmt, also an den militärischen Aktivitäten, die mit dem Tag Jahwes verbunden sind und dass diese Konflikte oder die sehr Konflikt eine gemeinsame Beteiligung von menschlichen oder irdischen Kräften und göttlichen oder himmlischen Armeen hat. Denn von frühester Zeit an betrachtete Israel seine Kämpfe als unter der Ägide Jahwes und unter Beteiligung der verschiedenen kosmischen Kräfte, die er als göttlicher Krieger, als General der himmlischen Armeen befehligte. Also hier in dem Buch wird ein Theologe Patrick Miller zitiert, der eben sagt, ja, die Israeliten haben auch ihre Kriege schon als Mischmasch angesehen und oft sieht man auch diesen Eingriff von Engeln und er sagt hier, in Propheten wird halt darauf hingewiesen, dass würde auch in der Endzeit oder irgendwann, wenn ja, endzeitliche Kriege stattfinden würden, dann wäre das auch wieder der Fall, das wird so beschrieben. Ein Beispiel, in Jesaja Kapitel 24 wird davon gesprochen, dass es eben mal einen Krieg Gottes geben wird. Ja, wo, was passieren wird? Jesaja 24 Abvers 21 steht, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr, also Yahweh, das Herr der Höhe in der Höhe heimsuchen und die Könige der Erde auf Erden. Also dieser Konflikt richtet sich gegen das Herr der Höhe, also das ist gegen sozusagen Elohim, falsche Elohim, falsche Geistwesen, abgefallene Engel und so, und gegen Könige der Erde. Was wird da passiert? Und sie werden eingesperrt und man wird Gefangene in die Grube einsperrt und im Kerker werden sie eingeschlossen, aber nach vielen sie heimgesucht werden. Da wird der Mond erröten und die Sonne Scham rot werden, denn der Herr der Herrscharen herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Erklärung aus dem Buch Gelehrte Gelehrte, die sich mit dieser ungewöhnlichen Sprache in Jesaja befasst haben, haben die Aufmerksamkeit auf den göttlichen Charakter der Ältesten mit Hilfe von zwei Argumenten gelenkt. Hier steht ja was, vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Also Jahwe herrscht hier abschließend und dann wird hier von seinen Ältesten gesprochen. Das Buch sagt jetzt okay die Gelehrten theologische Gelehrte meinen hier bei den Ältesten handelt es sich nicht um Menschen sondern wieder um in dem Fall hier um himmlische Wesen. Zwei Argumente dazu. Erstens vergleichende Passagen über Älteste im Alten Testament um festzustellen dass sich der Begriff speziell auf ausgewählte Mitglieder eines königlichen Haushalts bezieht und zweitens Ähnlichkeiten in den Beschreibungen der Ältesten in Offenbarung 4 und 5 und der göttlichen Wesen in anderen himmlischen Ratszenen. Die grammatikalische Form in Jesaja 24 ist der Plural Älteste plus drittes maskulines Singular Suffix. Diese Form kommt nur an einer anderen Stelle in der hebräischen Bibel vor nämlich in Psalm 105 Vers 22 wo der Kontext eindeutig ausgewählte Hofbeamte des königlichen Haushalts des Pharaos bezeichnet. Darüber hinaus erfordern die Verweise auf Zion und Jerusalem keine wörtliche Lesart, da diese Begriffe auch in apokalyptischen Texten und allgemeiner in der biblischen Theologie des Neuen Testaments eindeutig eindeutig als endzeitliche Konzepte herangezogen werden. Ja, also das ist im Buch eine längere Fußnote, das waren jetzt nochmal Auszüge. Warum habe ich die vorgelesen? Also hier diese Ältesten in Offenbarung Kapitel 4, da wird eben von Ältesten gesprochen, wenn ich das hier aufmache. Ups, wo haben wir es jetzt? Offenbarung Kapitel 4, da ist eine Vision vom Himmel und da ist der Thron und da sind dann auch 24 Älteste. Also da kommen die wieder vor. Und warum jetzt dieser Zusammenhang hier? Naja, Jesaja 24 bezeichnete einen Krieg Jahwes, den er führen wird gegen himmlische abgefallene und irdische abgefallene Könige, so gesehen, also Herrscher, die sich gegen Gott stellen und bei diesem Krieg, bei dieser Szene, Jesaja wird eben von Ältesten gesprochen und es gibt gute Gründe zu sagen, wenn hier von diesen Ältesten die Rede ist, bezeichnet das auch Bewohner des himmlischen Bereichs Geistwesen, die bei diesen Krieg Führungen beteiligt sind, also bei diesem Krieg Gottes so gesehen. Ja, also das noch als letzter Gedanke dazu, das heißt, wir hatten jetzt drei Punkte gehabt, wo Geistwesen mitwirken. Wir haben gesagt, sie sind manchmal beteiligt bei den Entscheidungen des himmlischen Rates, also bei dem, was macht man, was macht man mit der Menschheit oder mit einzelnen Menschen, da kann Gott halt seine Engel oder Geistwesen mit einbeziehen. Dann haben wir gesehen, die können manchmal einfach als Zeugen für wichtige Ereignisse herangezogen werden. Und dritter Punkt jetzt hier, sie können auch in einem Krieg Gottes, der so beschrieben wird, auch da können eben diese himmlischen Herrscharen eine wichtige Rolle spielen oder können da eben mit einbezogen werden. Das war, was wir zu den Aufgaben uns nochmal angeguckt haben. Und wir haben gesagt, Engel sind nicht ewig, sondern wurden erschaffen. Ihr Leben könnte theoretisch beendet werden. Es ist abhängig von Gott. Also zumindest wird an einer Stelle in der Bibel gesagt, dass sie wie Menschen sterben werden. Was auch immer das dann genau bedeutet. Da muss man auch in die Tiefe noch weiter gehen. Aber es wird halt so was angedeutet, dass sie ihre Macht da auf jeden Fall verlieren oder vielleicht sogar ihre Existenz. Und sie haben Grenzen. Also da gab es Kämpfe zwischen Engeln, wo ein Engel schwächer war als der andere. Ein Geistwesen unterlag da einem anderen und brauchte Hilfe. Und an der Stelle tauchte Michael auf. Und im nächsten Video aus dieser Reihe hier, da soll es dann mal in die Thematik hineingehen. Moment mal, in der Bibel gibt es doch Vorkommen und bestimmte spezielle Bezeichnungen für diese Geistwesen. Und da werden wir uns dann mal genau anschauen. Ja, wie ist das denn jetzt genau? Was findet man denn an unterschiedlichen Engeln in der Bibel? Was ist da halt alles irgendwie, was man lernen kann durch die Namen, die da zu finden sind? Was für Spezialengel gibt es so gesehen? Also da wollen wir im nächsten Video dann nochmal drauf Bezug nehmen und damit vielleicht die Reihe dann hier noch nicht abschließen. Danach kommt nochmal ein Video über Engel im Neuen Testament. Weil jetzt haben wir ganz viel aus dem Alten Testament angeguckt. Also ein, zwei Videos kommen noch zu Engeln. Ganz besonders interessant finde ich persönlich was ist mit diesen Spezialengel die so erwähnt werden. Wenn dir das hier gefallen hat die ganze Geschichte wenn du Spaß hattest an dem Video freue ich mich über einen Daumen hoch hier unten drunter oder gerne auch ein Abo wenn du noch kein Abo von dem Kanal hast und du magst solche Themen hast Spaß daran in die Tiefe zu gehen dann hinterlass gerne ein Abo wenn du die Glocke anklickst dann wirst du über jedes Video informiert von YouTube wenn was Neues unterstützen möchtest finanziell steht es hier unten drunter wie du das machen kannst riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch da draußen die ihr das macht also die ihr nicht da finanziell unterstützt damit ich mehr Freiraum habe für die Nachforschung hier wenn du Dinge anders siehst ist das auch toll schreib das gerne auch unten drunter in die Kommentare wie du bestimmte Passagen verstehst überhaupt Ermunterung an dich ich habe jetzt heute sehr viele Texte aus der Bibel auszugsweise erwähnt nur so kleine Passagen immer mal also Ermunterung wenn du Lust hast geh in die Passagen selbst mal rein setz dich damit auseinander wenn dich das Thema interessiert lese Bibelferse im Zusammenhang des Kapitels worum geht es da eigentlich gerade und mach dir ein eigenes Bild also das was ich jetzt hier zeige ist wie gesagt basiert auf den Forschungen von Michael Heiser von diesem Bibelgelehrten und jeder kann falsch liegen ich kann falsch liegen bei Dingen die ich erkläre er kann falsch liegen bei Dingen die er erklärt deswegen ist das hier alles immer eine Einladung sich mit den Themen zu beschäftigen und wie gesagt selbst kritisch zu hinterfragen selbst zu prüfen was da in diesen alten Schriften in der Bibel zu finden zu dem Thema so vielen Dank nochmal und ich wünsche jetzt erstmal eine superschöne Woche und freue mich wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen alles Gute und bis dahin